Und da sind wir wieder mit dabei ist wieder der Blues Hallöchen Also wir wechseln irgendwann Hallöchen Puppelchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Du wolltest deine Dings bitten Scheiße, so hallöchen meine lieben Freunde Ich sag mal desgüßliche Obis zu euch meine Lieben So ich begrüße euch recht herzlich So eine weitere Runde vom Minecraft Battle der Staffel des Jebens Ich begrüße den Cube recht herzlich Hallo Leute, Applaus für den Cube Ok ok ok, pass auf, pass auf, pass auf Wir machen das Battle jetzt Drei, Zwo, Eins Moment mal Leute, ich bin Samyden Cube und sie sind mit dabei bei einer weiteren Folge Minecraft Battle Boom Boom Jetzt, jetzt, ne Also ich würd sagen Leute, ihr müsst jetzt entscheiden wer schneller war Also ich hab da ja ganz leichten Favoriten Aber ich will immer nicht zu viel verraten Ich würd einfach sagen, Schmocki wär schneller Badumms Kennt das nur jemand der mich kennt Ok Ja ich kenn auch einen Kollegen von mir, der kann auch ziemlich gut double timen Weil ich kenn sogar, ich kenn sogar einen kleinen Rapper Der sogar Ich weiß gar nicht, wer denn das schon alles gefrühstückt hat Aber EMD heißt der Er hat Kontakt zu ziemlich vielen Rappern Hat 4000 Facebook Likes Um mal hier ein bisschen Werbung zu machen Macht coole Musik auf jeden Fall Muss mir nachher mal geben, weil ich interessiere mich sehr für Rap Ja ich mittlerweile auch seit einem Jahr wieder Mittlerweile feier ich einfach den Punchinello richtig hart Ja Also hier hab ich früher schon ziemlich scheiße gefeiert Und mittlerweile feier ich den auch wieder ziemlich hart Immer höher, das war gar nicht das was ich bezwecken wollte Wollt hier unten bleiben Hallo So ich tu mal einfach alle Rohstoffe hier in die Safe Truhe Ja mach das Oh ist wieder hier irgendwo wer Ich hab echt immer Angst, Alter, dass irgendwer kommt oder sowas Das ist echt schrecklich, ne Ich hab echt diesen Verfolgungswahn von Slender, Alter Ich hab so lange jetzt kein Slender mehr aufgenommen Ah Ah Wir müssen noch mal zusammen Slender machen, Q Okay Okay Ja, das will ich wieder aufleben lassen Auf meinem Kanal Giftige Kartoffeln Die lass ich extra in der einen Truhe hier drinnen Ähm, man kann nicht da drauf Das ist unsere Barbo-Truhe Ja Wir haben halt nichts speciärisch So, dann tu ich das mal hier direkt davor Boah Alter, das ist ja echt genau da, wo ich gerade reingraben wollte Ich wollte, nur drei Blöcke wollte ich reingraben Und dann auf einmal ist da ein Diamant, Alter Das ist... Ey, mehr Glück kann man echt nicht mehr haben Ey, wo, wo soll ich noch reingraben? Ich finde ich, ich denke mal, wir sollten noch so eine Geheimbase haben Ja klar doch Oh, Lava Oh, ich bin fast reingefallen Ah, ist hier vielleicht Diamantos? Hier ist eine Höhle, glaube ich Ja, ja, also ich bin auch beim Stripman schon ein paar Höhlen reingraben Okay, die Lava baue ich mal zu Äh, hier in dem Raum, wo Cobblestone ist Da drunter ist, ähm, Lava Für Lava Eimer auf jeden Fall Direkt hier an der Base Okay Ja, nice Boah, ich bleib wach, ne Ey, ich glaube ich bleib bis 5 Uhr wach Sorry dich, das kann ich jetzt einfach mal so reinhauen So, ich bleib wach Ziemlich raff Ja, weil ich muss um 5 Uhr auch wieder haus Das ist echt das Doofe gerade Also, wie gesagt, wir sind immer noch in der ersten Also, wenn du Bock hast, können wir danach noch irgendwie chillen oder so Aber, also, falls wir jetzt irgendwann aufhören sollten So einfach Private Talk mäßig Ähm, weil, keine Ahnung, ich muss halt auch um 5 Uhr jetzt weg, so Ja, ich schau mal, ich mach das denke ich mal ziemlich relativ spontan Na, guck mal Je nachdem, ob ich halt noch, äh, weiß ich was, duschen will oder sowas, oder Äh, ih, was ist das? Aber, aber wir können jetzt auch Private Talk machen Also, Küb und ich werden jetzt echt beste Freunde Also, wenn ihr meint, dass ihr mit ihm beste Freunde werdet Ihr habt echt Arsch gelegt, ich bin der beste Freund von ihm Oder so, wie er was, was auch immer, also Sorry an Timo und Paul und Markus, die das alle nicht sehen, aber Sorry Jungs, er ist jetzt, er ist es Egal, Nico, nein, Ruhe, er Ich, hast du gehört, ey, du kannst doch richtig hier Double Time mit mir antreten, Alter Also, wir machen voll VBT krass, Mann, Alter, ich fick dich kaputt, Mann, Alter Okay, okay Ja, dann auf geht's, ich würd' sagen, jeder vier Bars Freestyle Voll, ich hab echt, ich hab echt noch nie gerappt, das ist es echt gerade Okay Da schien ich mich gerade echt ein bisschen für Die erste Line, die mir einfällt, richtig scheiße Aber wenn man die gut float, kommt die vielleicht cool rüber So, keine Ahnung So, ey, du gegen mich ist wie ne Schlaftablette gegen Viacra Ich spitte so heiß, meine Reife sind so warm wie Magma Ah, was, Alter Okay, das war ich nicht wegen der ersten Mal wie Creeper, es tut mir leid Das hat jetzt so gut gepasst, Alter, das war einfach meine, meine Emotionen haben gerade einfach übergekocht Ich hab meine Reine einfach nur zu viel, kannst du feiern, scheiße Oh Gott, Alter, die waren noch so behindert Ich hab's auf jeden Fall Ah, geh weg, du Scheiße, oh mein so Creeper, Mann, ich will die Was geht bei dir, Alter Nachher seh ich so in der Aufnahme so deine Tonspur, meine Tonspur, muss ich erstmal so anpegeln Alter, hier ist da schon wieder ein Creeper, ich glaub hier ist ein Spawner, das wär nice Na, Creeper Spawner gibt's nicht, by the way Oder? Ja, aber generell, Spawner sind... Nee, Creeper Spawner gibt's nicht Creeper Spawner? Beide, äh, Zombie oder Skeletten Okay Okay, Scheiße 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 Er hat recht Mann Auf was für ne Höhe bin ich eigentlich gerade? 1,3, ich bin viel zu hoch Oh, dicker Mann Krass Muss auf 12 Ich bin auch generell ein dicker Mann Bam Dumm Ich hoffe mal, dass ich überhaupt eigentlich generell mal wieder hier zurück finde Hm Ja doch, ah, hier ist wieder die Base, okay Ah, hier ist der Trubenback gerade Wo bist du, ey, wo treibst du dich eigentlich gerade rum? Ähm, ich vermisse dich Äh, ich strip meinen auch einfach in ne Richtung Achso, okay 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 Ich versteh schon Oh Gott Okay, jetzt hab ich erstmal wieder genug geschrien für eine Folge Mehr krieg ich glaube ich gerade nicht mehr aus meiner Kehle raus Wie steht's eigentlich gerade um meine Festplatte? Ich musste mich gerade eventuell einmal kurz auf die andere Ach, ist noch genug Platz Och, Och, Leute Also es kann nämlich gar nicht sein, dass ich kurz auf ne andere Festplatte schalten muss Leider Aber der Schleim war mir so einfach cool Wie war das mit nem dicker Mann? Du denkst du bist ein dicker Mann? Ich denk eher, du stehst auf nen dicken Mann Alter, das ist doch voll krank, dicker Mann Ich hätt jetzt gern einen Dickmann Das wär so sick, Mann Kennst du diese Dickmanns, diese Morgenköpfe richtig geil? Ja, natürlich Oh, Awesome Natürlich Ah, ich hab unsere Wege gekreuzte, glaub ich Ich hab irgendwie einen anderen Stripmine Wie, du hast meinen Weg gekreuzt? Okay, ne, find ich, ne Jetzt bist du K.O. Oh, hab ich mich schon wieder Oh, Alter, ich hab mich schon wieder erschrocken, Alter Du hast meinen Weg gecrossed Vor allem, weißt du was geil war? Da war gerade so ein Fenster drinnen im Gang, ne? Mhm Ich lauf um die Ecke Und wie kommt das Skelett gerade auf einmal hinter mir Und da kommt auf einmal so ein Skelettkopf, Alter Du willst gar nicht wissen, wie ich mich schon wieder verjagt habe, ey Es ist echt ne Schande Ach, du gräbst einfach immer so Fenster rein, ne? Ja Dann ist das sogar dein Gang, okay Optimierung Ja, verbrauch weniger, weniger Dingens Ja You know what I mean? Aber sicher doch Ja Ich könnte doch einfach nur Phase-Blower-Blower-Blower sagen das Jo, korrekt, mach ich gleich Ja, korrekt Korrekt Läuft bei uns Ja, dann machen wir jetzt gleich gehen oder so Auf was für ne Höhe bin ich gerade? Ich bin wieder auf 12, das passt Was? Schon wieder? Schon wieder? Uncool 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 Ah, R 루�mon ist auch hier, scheiße Kriegst du ihn? Nein, nein R viewpoint ist auch hier ão Renn renrenrenrenrenrenren Baudich einx6x6x4x4x4x4x4x4x4x4x7x6x3 peloone conventions Ich bin gleich dax6x4x6x4x5x4x4x2 Ich bin gleich da, ich bin gleich da, bau dich ein, bau dich ein, bau dich ein, bau dich ein Wo ist du? Bist du an mir vorbeigelaufen? Hier, ja, ja, hier, hi Auf geht, wir ficken dir jetzt Warte, ich muss mich heilen S, 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 S Hast du ein Feuerzeug? Nein, hast du, nee, hab ich auch nicht, okay, egal, komm Boah, alter, gut, dass du jetzt gerade in der Nähe warst, man Dalu Cut hab ich gerade gut ficken können Wir müssen, wir machen was anderes Wir gehen hier rein Immer sneaken jetzt, immer sneaken bitte, immer sneaken Ja, ich seh nichts, weil es komplett schwarz ist leider Ja, einfach mir hinterher, mir hinterher, mir hinterher Immer mir hinterher, mir hinterher Ja, wir kriegen die jetzt, okay? Ja, ich hau auf jeden Fall drauf, meine Leben sind gleich komplett regeneriert Dann, dann warten wir noch einen kleinen Tick Ich seh sie, auf gehts, wir müssen jetzt auf sie Ah, wo bist du? Alter, wo sind die langgelaufen? Komm hinter die Ich bin auf jeden Fall direkt hinter dir Ah, scheiße, geh zurück Ich geh rein und hau, geh, geh zurück, ich geh rein Ja Ja Schönes Ding, ey, du weißt gar nicht, was mir passiert ist, ne? Ich bin so ein Idiot, ich hab mein Diaschwert gedrofft Echt? Ja, aus Versehen Oh, geil, Alter Looten, 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 looten Ey, guck, das war so schlau, du hast gesehen, was ich gemacht habe Ich hab extra einen Block gemacht, damit wir die Füße auf die Füße hauen können Und die halt nicht, weißt du? Na, ah, die Aschwert, die haben Schärfe 2 Schärfe 2, Alter! Nein, 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 das war meins, das war meins Achso, das war deins Oh, ich dachte jetzt... Aber behalt das grad im... Behalt das... Warte, gib mir das mal hier drüben irgendwo Da hinten Genau, danke Boah, Alter, mein Herz gerade Ich hab sogar beide Kills gemacht, heilige Scheiße Jaja, weil ich musste unbedingt auch weg und so Krass, nice Ja, deshalb hab ich auch fix gesagt Alter, geh weg, geh weg, geh weg Ich hau da noch fix drauf auf die Füße, weil die haben echt den scheiß Vorteil gerade gehabt Gut, die wissen aber jetzt leider, wo unsere Base ist, das ist doof Das ist... egal, wir gehen dann einfach hoch Ja Also gleich Ich sortier hier noch die Sachen Guck mal, dass du gleich aus der Base schon mal das Beste holst Oder so Na Oder einfach, ich mach hier mal... Du sortierst aus und versuch zur Base zu kommen Grabloch Ja genau, ich sortier hier noch aus Oh, wo ist die nichts? Ich hab auch schon ein Leben eingezahlt Aber wir müssen halt eh gleich wieder rausholen Okay, das kommt weg, ähm... Das kann weg Ey, richtig nice, man Richtig schön Gute Boah, das war auf jeden Fall ein guter Teamkopf Also Cube, Alter Wir sind sowas ganz gut Bisher gutes Team auf jeden Fall Ey, wir sind der Oberhammer, Mann Heilige Scheiße Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, ey Dass sie auch direkt hier sind, ey Boah, wie ich mich auch erschrocken hab Ich hab die ganze Zeit gesneakt Ich hab die ganze Zeit gesneakt Vor allen Dingen gut, dass du in der Nähe warst, Alter Ich feier dich gerade dafür, Alter Ja, Mann, wie ich nicht erst feier... Ey, ich hab mein Schwert einfach gedroht Das war so ne typische Cube-Aktion, Mann Ich renne da so rein Und denk mir so, ich geb den beiden Jetzt geb den, gib den Und dann hab ich noch Ich droppe mein Schwert Ich denk mir so, nein, nein Oh, zum Glück bin ich Alter, dass du echt in der Nähe warst Und dass ich noch weggekommen bin, ne Vor allen Dingen Ich war so inhektisch, äh, hektisch, Alter Ich find grad die Base nicht mehr Bist du... Warte, Koordinaten Minus, äh... Und plus 200 Plus 200, okay Boah, geil Boah, meine Hände Ich hab grad keinen... Geil, 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 ey Bist du da hinten? Ja Ich hab grad... Meine Hände zittern grad wieder total an Das war grad GOMMEMODE Fuck, ich hab GOMMEMODE Vergessen zu sagen Nein, das hab ich bisher wie im Minecraft-Battle gesagt Wenn ich jemanden gekillt habe Ah, wie geil, ey Boah Gut Panik geschoben erstmal Aber nice, nice, nice Richtig nice Haben die auch was Gutes dabei gehabt, so? Äh, ne Eigentlich nicht Das wäre... Also wir waren eben im Vorteil Wo ist denn die Safe-Trui hier? Äh, die Safe-Trui ist genau hier Nice, ey Vor allem cool, dass wir das noch hatten und so Ähm... Boah, vor allem wie der direkt vor mir gespawnt ist, ey Ah, der ist noch da Ne Ist doch da Echt nicht? Ah, da hatten die den Scheiße, ich muss zurück Ja, ich hab... Wir haben die doch gekillt, ist doch easy Ja, gut Ah, gut, da hab ich jetzt vorher nicht mehr dran gedacht Da du quite to threat a white wall Gut, wir gehen auf jeden Fall jetzt in den nächsten paar Minuten, würde ich mal sagen, nach draußen Ja, müssen dann auch hoch Verzauber schön des... äh, Dinger machen die auch einen Brustplatten... äh, Brustplattenpanzer Machen wir dann Schuhe oder sowas? Ja Das passt schon Nur die Frage... Boah, wir haben Kills, man Wo ist... Richtig nice Beziehungsweise zwei Kills Vor allem die haben auch gerade schon die ganze Zeit Wolle gesammelt, ne, das ist auch gerade gut Ich find den Dings nicht Den Enchanter Nicht? Ne, der Enchanter ist hier irgendwie nicht mehr Guck mal, hast du den im Inn? Hast du den eingesammelt? Ne, ne, leider nicht Hä? Wo ist der dann? Aber du vermiefst die Betöne Können wir uns nicht einen neuen? Ah, fuck, dafür kommt wieder in den unten, ne Ja, zwei Aber egal, lass halt lieber, ganz ehrlich, einen neuen machen und dafür Dingsen Also ganz ehrlich, lass jetzt einen neuen machen, weil... Ich hab sauviel Eisenrüstung und wir machen uns jetzt gleich hier, ähm... Bessere Eisenrüstung und gehen dann direkt auch hoch Wir müssen jetzt eh bald hoch, also lass jetzt schnell, schnell machen Ja, bei Arbeiten baut ihr noch ein Entscheidung-Table, ich mach fix mein Inventar rausleeren Mhm Wo sind die Dias? Die hatten Pfeile und Bogen dabei, ne? Die Dias sind da drüber Ja, stimmt Okay, zwei rausnehmen Ja, dann können wir halt genau eine Brustplatte nur machen Oder wir machen halt einmal Schuhe und einmal Helm, aber das wär halt sinnlos Ah, guck mal, da liefst die Fute von da mit Darnamite getötet Wir sollten uns noch Bögen machen, ne? Ähm, ich hab einen Bogen, aber nicht Enchanted Und, äh, hier sind Strings und Dings drin, könntest du auch nen Bogen machen Ähm So, 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 so ... Oh, meine Hinder zitern gerade mehr Hektisch, hektisch Ha, 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 ha ... Es ist gerade echt n bisschen krass hektisch Alter Richtig geil, Mann Aber gut, dass wir schon mal die Kills gemacht haben Ja, auf jeden Fall Ähm, brauchst du Pfeile? Ähm, ja, auf jeden Fall Also ich habe 25 im Eventar, ich gebe dir einfach mal 13 Danke Dann Dieses Buch Das heißt wir müssen obby, wo ist Lava? Äh genau, warte Warte Oh wie geil das war gerade Hammer Nicht reinfallen, aufpassen Das ist right the black rule, das heißt First hits Also wir sind auf jeden Fall gut, auf jeden Fall dabei Wir haben schön Kills gemacht, wir haben Marke gesetzt, das ist, oh Alter Richtig nice Team Zion hat nur noch 4 Leben, Alter Was krass Wir sind momentan auf Platz 1, das ist mega gut Ähm, ne sind wir nicht, du musst eine wegziehen Wir müssen vielleicht eine setzen Aber ist nicht so schlimm Allein der Respekt, dass wir Ein Team jetzt gekillt haben Ah guck mal, das war es mit der Folge, auf jeden Fall mega krasses Battle Haut rein meine Freunde, bis gleich, äh bis Morgen, bis irgendwann mal Haut rein, tschüss Achso ist Ende Ist Ende Ist Ende, okay Gut, das war's meine lieben Freunde mit der Dingensier Und tschüss Tschüss 08 08 08